Hallo miteinander, ja willkommen zurück nach sehr sehr langer Zeit, ja gut für euch wird es so lange nicht sein, denn das hat tatsächlich geschafft, das mit den Aufnahmen ganz gut zu timen, sodass die letzte Folge der letzten Aufnahme, die ja eben eigentlich schon anderthalb Monate her ist ungefähr, wirklich vorgestern lief. Ja und in diesem Sinne, ja Prüfungen sind endlich vorbei, muss man sagen, ich kann mich wieder hier aufs Zocken konzentrieren, das ist auch mal wieder schön und ja, wie gesagt, das bedeutet jetzt für mich, dass ich es eine ganze Weile hier weitergespielt habe hier, wir waren im Krieg mit den Mameluken, da war ja was, den haben wir glaube ich nur erklärt, so mehr oder weniger, um unsere neun gewonnenen persischen Verbündeten zu unterstützen, die einen separaten Krieg mit den Mameluken haben, wollten glaube ich verhindern, dass die Perser hier was verlieren, wie gesagt, in der Zukunft werden wir die noch benötigen, in eventuellen Kriegen gegen die Moskauer. Ansonsten, wir hatten hier oben in Norwegen noch Truppen stehen, die eventuell Revolten niederschlagen sollen, was ich mir gerade eben so gedacht habe nebenher, dass wir definitiv mal unsere Grenzfestungen zumindest mal ein bisschen ausbauen, und zwar die in, naja, die in Ria sein auf jeden Fall, und vielleicht mal die in Latigalia, was ist überhaupt Latigalia? Ja, doch, Latgalia. So, ähm, okay, ich denke, ich lasse es dann mal auch langsam weiterlaufen, senken unseren Blick natürlich hier nach Süden, äh, spielen jetzt natürlich auch mit dem neuesten Patch, ähm, ja, welche Auswirkungen haben, weiß ich nicht, im Detail habe ich es echt gar nicht nachgelesen, ähm, als Beispiel hier sieht man, äh, Klicks Enthusiasmus, wie hoch der Beirut ist und solche Späße, ist ja auch mal schön, wenn man das mal sieht. Genau, hier hatten wir, glaube ich, äh, seltener deknotiert, um hier mal das ganze Zeug einzunehmen. Äh, du stehst hier, weil, 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 achso, ihr steht hier alle, weil die ganzen, äh, bösen Meluken hier unten sich sammeln. Wir müssen mal gucken, dass wir relativ schnell nah beieinander stehen, um da nicht eventuell ausgeschaltet zu werden. Wobei, das geht, glaube ich, äh, schon ganz gut. Ich, wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht die Truppen aus dem Norden noch herziehen. Äh, wir können ja weiter, ähm, hier bekehren. Oh, da kommen die Marmeluken. Da kommen die Marmeluken, ne, was haben sie vor? Also, geh mal da hin. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Du hast einen Anführer, ne? Ja. Und ja, er hat ein bisschen mehr Männer. Lass mal hier eine Belagerung da und lauf hier hin. Du kannst dann auch gleich dazu stoßen, wenn du da oben fertig bist. Hoffentlich. So. Okay. So, Verstärkung ist unterwegs. Ich denke, das dürfte die letzte größere Schlacht, ähm, bei dieser Auseinandersetzung sein. Ja, es sieht ganz gut aus, wir haben eine Neun gewürfelt. Am Anfang haben wir zwar gar keinerlei Boni, weil das hier Trockenland ist. Aber jetzt verlieren wir doch wieder heftig jetzt, aber auch er wieder. Acht und fünf. Äh, ja, das geht ganz gut, denke ich. So, wir besetzen hier drüben weiter. Mit Unterstützung ist unterwegs. Unsere Moral hält im Moment noch, das ist gut. Ja, ich denke, dass wir auch die Schlacht für uns entscheiden können. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Wie heißt er? Äh, Romanas Jordan. Auch ein interessanter Name, ehrlich gesagt. Aber naja, bei den viel Kulturen, die wir mittlerweile hier in unserem Reich vereint haben, ist das ja auch kein Wunder, dass ich da irgendwelche, naja, spezielleren Gesellen noch dazu Oh, Gesellen. Okay. Wo ist denn der Kleine? Gib mir mal den Kleinstack. Ist das der hier? So, der hat erstmal keine... Äh. Okay, du gehst da rüber. Da ist er doch. Da war er. Hier. Wieso kannst du da nicht hin? Achso, wegen der Festung hier. Na gut. Na gut, dann eben nicht. Äh, dann mach dich mal hier weiter nach unten, dass wir das Zeug hier noch besetzen. Ich will den Krieg auch gar nicht mehr so extrem lange weiterführen, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze hier ist ja nur eine, ja, kleine Versuch. Ich meine, das sind ja alles türkisch. Standard türkisch ist bei uns der akzeptierte Kultur. Das heißt, wenn wir die nehmen... Habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Bin mir nicht sicher. Könnte aber sein. Ähm. Dann hat das für uns nur positive Einflüsse. Hier können wir uns mal ein bisschen an ein bisschen Unterstützung holen. Ähm. Ja. Wieso zeigt er mir, dass ich ne... Doch, hier tatsächlich... Da leuchtet es. Ach, das ist neu. Das ist... Das leuchtet anders als früher. Es wird noch ein Lastmodifikator, unter 30%. Es sieht an wie es in relativen Ideen. Da war ja was. Wegen der ganzen, äh, Kernbau- und Gedönnsachen, die wir ständig hier machen. Wollte ich das doch in Angriff nehmen. Paderborn soll man erobern. Ähm. Was ich auch gesehen habe... Paderborn, ist das zufällig in... Mh... Oldenburg? Ne, das ist hier bei Brandenburg besetzt. Ähm. Was ich gesehen habe, ist ja, dass die Ungarn... Ähm. Mit Oldenburg dann vermündet sind, unter anderem. Dass wenn wir den Krieg gegen die Ungarn lostreten, äh, könnten wir auch hier oben in Reichstatt sich mehr Ländereien nehmen und unsere kleine Enklave ja weiter ausbauen. Ähm. Vielleicht sollten wir das dann auch mal demnächst machen. So. Hier wird überall belagert und, äh, gemacht und getan. So. Die 7000 reichen. Den Rest ziehen wir mal hier rüber. Sieht ja ganz so aus, als würde sich unser geschätzter Gegner hier wieder aufmachen, uns hier zu stören. Ja. Am Ende Power-Technisch sieht es immer noch gut aus. Wir sind ja jetzt ein bisschen schwach, wenn der nur 50.000 ankommt. Das wäre nicht so toll. So, geh du mal da hin. Du gehst hier hin. Also, das geht dir jetzt wieder nicht. Dann helf einfach mal. So, Bergenhaus ist auch erledigt, das Korn. So, die Arme ziehen wir mal zusammen. Ihr dürft ja hier ja nicht vorbeikommen. Oh. Eine Revolte in Norwegen. Das dürfte er aber hinbekommen. Ja. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Da müssen wir, glaube ich, nicht mal, nicht mal groß hinlaufen, wa? Können wir da verwestlichen. Am besten, das sollten wir ja eigentlich anders lösen. So, du kannst dann wieder hier zurück. Das ist ja alles nicht mehr notwendig. Hatten wir eigentlich Kriegsteuern? Nee, hat man nicht. Mach mal. Ah, hier drüben geht es auch ab, ja. Ja, was ist das denn? Ist das ja Krieg gegen Persien eigentlich? Also, die sind ja auch hier mit dem Krieg dabei, wa? Okay. Naja, gut. Von denen haben wir noch nicht viel gesehen. Die sind Afghanistan verbündet. Ja. Es ist natürlich bitter, dass wir hier jetzt die ganze Zeit Leute verlieren, aber... Ja, was willst du machen, ne? Ob hier 4000 ausreichen, das wird sich noch zeigen. Ich denke ja eher nicht, normalerweise. So, wieder die Norweger. Ja, es ist alles nicht ganz so... Äh... Ja. Der Mark-Status der Krim. Da habe ich mich... Da habe ich mich auch wieder völlig verdrängt. So, wir werden mal sehen, wie viel wir hier von den Ländern... Äh, von den Ländereien hier einholen können. Wäre ganz cool, wenn wir hier vielleicht noch einen Hafen dann hätten. Direkt im Mittelmeer, wo wir nicht hier... Na gut, eigentlich ist es auch völlig unnötig, weil wir hier irgendwie ein Land haben, ne? Gibt es irgendwelche interessanten Provinzen? Nee. Die haben wir alle schon. Zumindest hier an diesem Handelspunkt in Aleppo. Nichts Besonderes. Hm. Na gut. Wieso? Was? Wie ist denn der da jetzt vorbeigekommen? Och, nee. Jetzt will der da hinten unsere andere Armee töten. Ja, ja. Und der läuft jetzt hier auch vorbei, hä? Ach, das ist doch nicht sein Ernst. Erstmal hier einen symbolischen... ...da. So, dann zerhauen wir erstmal den hier. Ja, nur mal Legitimität. So. Hätten wir bestimmt gleich wieder die Belagerung hier verlieren. Okay, die ist gewonnen, aber die werden gleich angegriffen. Vielleicht ist das hier ein richtiger Zeitpunkt hier mal... ...der will mir gar nichts geben. Das ist so unglaublich, ja? Wieso eigentlich? Laufende Schlachten, minus 46. Und du bist dir sicher, dass du denkst, dass das dir was bringt? Naja, die da werden ja verlieren hier hinten. Der führt wohl keinen Weg dann vorbei. Andererseits... ...schickt da mal ein paar Leute hin. Wir können sie ihn ja ein bisschen erschweren. Also jetzt ist er auch kein Anführer. Die Gleiten halt in den Bergen an über den Fluss. So, die Schlacht ist schon mal vorbei. Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so. Das soll er uns nicht mehr geben. Ja, das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig. Ach ja, da müssen wir halt den Ollenkrieg weiterführen. Ja, wir besiegen seine Armeen ja bei jeder Gelegenheit. Na, so ist es nicht. So, geht ihr mal da rüber. Ihr geht mal hier rüber. Einmal bitte pausieren. So, die Leute hier halten sich auch noch. Interessanterweise. Aber ich glaube, da kommt jeder Unterstützung zu spät, war. So, der muss jetzt mal den hier aufhalten. Du kannst dich mal hier rüber bewegen. Ich glaube, das wird hier nichts mehr, oder? Äh, wieso willst du da hinten rum? Hallo, du kannst einfach hier rüber gehen. So. So, den hier dürften wir gleich bekommen. Unser Moral muss ja eigentlich nur lange genug halten. So. Dann werden die hier gleich auch auseinandergenommen. Ja, sieht aber nicht so gut aus. Na? Habt ihr das gesehen? Die sind quasi, glaube ich, instant gestorben, so ist das gerade aus. Suchalab ist auch belagert. Okay, dann lauf du mal hier hin und kümmere dich um die Jungs da hinten. Schlagen sich hier tapfer. Muss man ja echt nochmal sagen, ne? Ja, jetzt ist halt, jetzt haben wir eine Schlacht, die sich verloren. Und jetzt sind wir wieder hier, äh, keringer Kriegs-Enthusiasmus. Das ist auch geil. Naja, egal. Egal, eine Schlacht verlieren kann man mal. Wichtig ist, dass wir die hier eine Belagernung da fertig bekommen haben. Jetzt entblößen wir unsere Truppen hier ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ein bisschen viel. Deswegen bleiben wir mal mit der, na, wir sollten schon vielleicht ein bisschen mehr sein. Bleiben wir mit der Truppe da hinten. Und haben wir nicht noch ein, ja. Auch wenn das schlecht ist, aber besser ist gar kein Anführer. Die fliegen nach Konstantinopel, ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Doch diese Menge an Söldnern hier verursacht nicht wirklich Probleme. Ja, gut, wir haben ja den Söldnerunterstmöglichkeit minus 30%. Das hilft doch jetzt mit Sicherheit ein bisschen. Man-Power-Technisch sieht es immer noch gut aus. So, du kannst mal diesen Einsatz-Tag da killen und dann vernichten wir kurz seine Armee hier drüben. So, das ist auch schön. Du kannst dich mit den 9000 hier drüber begeben. Und wir werden jetzt hier weiter vorstoßen. Dann hat sich diese ganze Seine nämlich dann auch schneller erledigt. Äh, illoyale Bürger sind illoyale. Kann ich euch mittlerweile irgendwas? Nee. Äh, wann kann ich denn das wieder machen? In 10 Jahren? Unloyale Bürger. Echt schrecklich. Könnten die Hölkisch wieder was bauen. Das ist aber jetzt auch nicht ganz so interessant. Guck mal an. Ah, jetzt hatte ich gerade, dass die da schon wieder stehchen geblieben sind. Wir beschleunigen mal ein bisschen. So, dann nehmen wir hier die nächsten 10.000. Ähm, ernsthaft? So, jetzt verlieren wir die Schlacht. Nee, wir gewinnen sie tatsächlich noch, oder? Moralisch sieht es ganz gut aus, ja. Wie sehen wir moralisch, äh, sind wir hier echt, äh, klasse Vorteil. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Hier, Diplotec. Wieso nicht? Auch wenn wir eigentlich Diplotec brauchen werden von Frieden. Ah, so, geh mal das Teil hier belagern. Du machst mal das hier so. Können wir hier nicht hin? Können wir nicht. Okay, aber hier. Wir müssen eine riesige Schlaufe laufen, mal wieder. So, wie ist da? Oh mein Gott, was sind das denn? Reaktionäre. Ah, das ist ja auch geil. War für ihn hier seine Olle Revolte-Line geschlagen. Ah, das ist auch toll. Ja, da oben sind ja auch Reaktionäre, die irgendwas besetzt haben, kommen, sollten die vielleicht mal töten. Und das sind, ah, das ist doch echt ein Witz. Das ist doch echt ein Witz. Diese blöden... Okay, jetzt ist es ein Prozent. Gucken wir mal. Das kann ich mir nicht geben, weil sie es nicht besetzt haben. Vielleicht hier sowas. Wie viele Diplom... Das sind, ah, genau, die Kämpferwinskosten. Ja, da war ja was. Die Blöden haben wir fast genug. Ja, Adana ist eine ganze Menge wert, so wie es scheint. Ja, die zwei könnte ich natürlich nehmen. Okay. Mit dem Irak entlassen. Will er nicht machen. Verträge aufkürtigen, das ist nämlich auch nicht wirklich, ne? Seien wir mal ehrlich. So, gib ihm mal noch ein bisschen Geld. So. Bitteschön. Damit dürften wir ihn hoffentlich auch genug abgelenkt haben. Jetzt ist er nicht mehr gültiger, die Wale für uns. Naja, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Machtprojektion erhalten. Durch diese ganze Sache. Ja, jetzt muss man nur noch seine verdammten Rebellen aus unserem Land vertreiben. Ich sag schon, Journalisten in Persien. Also ich hoffe, dass sie jetzt Persien jetzt genug den Rücken freigehalten haben, dass sie das jetzt hier alleine hinbekommen. Hat ja nicht sein müssen, dass die hier groß was verlieren. Um sie für uns als Verbündete, ja, weniger wert zu machen. Hier haben wir unsere Festungen. Haken wir mal die, die Richtung Russland zeigen. Die verbessern wir alle. Ah ja, guck mal, die sind rübergegangen. Ist ja nett. Ist ja sehr nett. Haken wir mal die Söldner hier raus. Zack. Hier haben wir keine Söldner mehr. So, die Armee, die tun wir mal teilen. Die Hälfte bleibt hier. Der Rest. Schicken wir mal nach Norden. Den Rest. Können, glaube ich, bestimmt auch wieder Leute bauen. Ja, ja. Wir sollten definitiv noch eine weitere Armee ausheben, würde ich sagen. Weil da natürlich die Frage ist. Wenn wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Infanterie. Eins, zwei, drei, vier Cavalry. Aber noch zwei Infanteristen. Und vier Mörser. Ach ja, komm, wir bekehren erstmal die da unten. Das geht ja nicht hier. 13 bekommen wir hier. Das ist jetzt richtig ordentlich mit den ganzen Boni, die wir haben. Schön. Ja, da können wir auch abziehen aus Persien. So, die Ungarn. Die Ungarn. Hier drüben auf Oldenburg. Da würde ich mich auch mal ein paar Anstriche fingieren. Erstmal Bremen. Ja, und auf. Oh Gott. Also im Prinzip. Ist ja mein Wunsch hier hin und her laufen zu können, aber noch relativ groß. Da drüchten wir Nikolaistadt oder Nikolai-Stadt und Inge-Mahland auf jeden Fall bei dem Krieg gegen die Russen. Das ist doch, glaube ich, ein ganz guter Anfang. So. Sammelt euch mal in Ria sein. Dürfte noch bei weitem nicht über dem Limit sein. Gehe ich mal von aus. Ja, hier Hamid. Ja, hier. Ja, hier.